Ich habe einen Trumpf. Tja, in der Zeit hätten wir alle einen Trumpf notwendig. Wer hätte sich vor einem Jahr gedacht, dass wir heuer noch immer auf unsere geliebte Blasmusik verzichten müssen? Leider, so ist es. Aber hoffentlich nicht mehr lang. Und die Zeichen stehen gut, dass wir bald auf der Unnormalität wieder haben. Und bis dahin, hocken wir unseren Trumpf auf den Tisch. Die Musikerinnen und Musiker der Weinland-Tapelle Klöch haben unter der Leitung von Martin Knohler eh das wunderschöne Lied aufgenommen und für uns Musik ist es. Na dann, genießen wir die Musik und denken wir an die guten alten Zeiten zurück. Und freuen uns auf die Zukunft. Wir freuen uns aber wiedersehen mit allen. Bis bald und bleibt gesund. Auf Wiedersehen. Musik 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 Musik